ich war mal ganz knapp an gold dran 23 von 25 hatte ich schon scheiße 3 und super sprung er immer noch hin ich warte auf dich kaosler ich finde ich lustig freigeschaltete Ruhr für auf ich wollte dich schlagen um hier was man jetzt nächste Mission guck mal was passiert wenn man soll man kann die einfach um ich kann upgrade schon machen nice geile scheiße die finishing moves ja ach ja wort märz haben ab weil der nicht Pistolen geht wieder um mich zur Pistole erhöhen Korni Unruhe hat Belohnung stelle Prozent der Klamotis hat was nicht genannt und kein Lohntd dort gibt es Prozent Prozent da ist Komm schon, FFFF, irgendwer läuft mir doch jetzt bestimmt den Weg. Tschüss zu, Auto. Junge, finishing move. Nice. Ja, ne? Bam. Leute, ich bin gerade voll auf mein Auto draufgesprungen. Lass das mal snacken. Okay. Tschüss, Auto. Fuck, jetzt kommen die Bollen. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich hab ne Geisel. Doll. Leute, bei mir leckst's grad wieder. Wuhu, ich komm zu dir. Ja, ich bin das Auto draufgesprungen. Der waskelig. Warte, warte. Alter, du bist so ein Penner, weißt du nicht. Aber du hast nen Unruheherd, lass den mal räumen. Lol. Nice. Wie geil ist das denn? Alter, die finishing move sind, war der Hammer. Ich tötete hier gerade alle. Zack. Alter, die... Die Sass splattert die einfach. Nice, ey. Zack. Pfiff die hoch und... Jetzt konnte ich nichts sehen, weil der grad ne Mauer war. Zack. Bam. Tröte sprungen, mit den Füßen hoch und auf den Boden gesplattert. Zack, genommen, hochgeworfen, zertreten. Und nochmal Kopf zersplattert. Moin Junge, das macht richtig Spaß. Kommt, der Bulle will doch auch. Ah, bam. Lol, der lebt noch. Lol, wie der erstmal weitergeflogen ist. Zack. Lol. Alter. Okay, komm, ähm. Der will auch noch. Lol, hier sind auch noch... ...wieder die Aliens. Lol, ich hab grad sein Auto weggeworfen. Komm, lassen wir das Auto wieder nehmen. Fuck, die haben einen Gleiter. Okay, jetzt sollten wir uns mal verpissen. Ja, wir haben vier voll... Wir haben drei von fünf... Äh, drei von vier haben wir voll. Ach ne, doch nicht. Oh, Moritz, verpiss dich. Ich steck mir jetzt so einen Gleiter. Erstmal Upgrades machen. Fähigkeiten, Ausdauererhöhung. Auf jeden Fall. Gesundheit... Ich steck mir jetzt so einen Gleiter. Ohne Scheiß. Ich hoffe, dass der jetzt nicht kaputt gegangen ist. Nein, der ist nicht kaputt gegangen. Nice! Hol mich gleich ab. Junge, das ist ein Ein-Mann-Gleiter. Oh, schade. Das lässt ja auch sein. Du musst dir einfach abschießen und dann... Juhu! Nein, hier ist das alte Atomkraftwerk noch. Da sind jede Menge von diesen... ...Data-Dingern drauf. Fahrzeuge, Fähigkeit Nitro. Das muss ich... Das nehmen wir auf jeden Fall. Naja, obwohl... Nice, Datensammlung. Boni. Unruhe, Herdbelohnung. Bargelderhöhung. Datensammlung 2. Ich sag... Ich nehm mir erstmal die ganzen Datensammlungen. Wer sollst du noch was kaufen? Ne, leider nicht. Kräfte 4. Ich hab neue Upgrades für Sprint. Ja, ich auch. Oh, ich hab nur zwei Verfügbarkeitspunkte. Ich lebe dann... Du hast 15 Sekunden. Ach, Moritz. Junge, ich bin nicht da. Fuck, ey. Big Moritz hat etwas eingeseinigt, das du übersehen hast. Das läuft ja sehr gut. Ja, du bist jetzt erstmal tot, würde ich sagen. Weil ich kann dich nicht... Und ich gleich auch. Weil ich nämlich mega wenig Life hab grad. Nein, ich bin gestorben. Wie weit bist denn du weg von mir? 1400 Meter. Geht doch voll klar. Du hast das Atomkraftwerk strotzt voll vor Energie. Warte kurz, ich muss mich mal upgraden. 4 Punkte kann ich zu Kräften hinzufügen. Super Sprint. Life 15 brauche ich da? Ja. Ich hab 4. 10, 10. Luftsturm. Okay. Hol ich mir mal mehr von diesen Dingern. Das war ein paar. Jetzt hab ich's wieder die Dinger angegriffen hier. Datensammlung 4. Da hab ich so noch Stack Sachen. Das ist diese Container, wo die immer drin waren. Komm zu dir. Datensammlung 5. Hab ich auch. Also stimmt, weil ich die grad eingesammelt hab. Wo bist du denn? Da bist du. Ja komm, mach doch super Sprint, Junge. Datensammlung 6. Wo bist du hin? Wie saust du ab? Oh nein. Die kommen mit ihren Scheißviechern. Da oben auf dem Dach ist noch einer. Ja, die kannst du runtersnacken und dann kriegst du die. 7. Da unten ist sie. Da ist noch was. Ich renne jetzt erstmal. Ich will jetzt erstmal ein Upgrade machen. Deine Teufelskirche. What? Komm, geh drauf. Okay, da ist noch eine Datensammlung. Ja. Das ist eine Gothic-Kirche, Junge. Das ist eine Gothic-Kirche. Ja. Ja, die heißt Gothic-Drell. Ich hol mir die auf dem nächsten Dach. Aha. 10. Oh, ein Bonbon. Ich, äh, du gehst hier, ich geh auf das Ding ins drauf, du gehst auf das Haus. Ja, nämlich, was du hatte? Das Ding? Nein. Du solltest das hier hinten nehmen. Du gehst auf das Haus, hab ich gesagt, aber egal. Okay. Jetzt bin ich hier auch. Ich steck dir die ganzen Datensammlungen weg. Du musst den linken nehmen, bei den Schornsteinen. Okay. Es gibt 100 davon, ne? Ich weiß, ich hab schon 14. Ja, wir haben zusammen 14, meinst du? Geil. 0. Da gibt's ja auch noch einen anderen Flugmodus. Ja. Der Sprint... Junge, hast du noch nie in Vitor geflogen? Doch. Aber ich hätte nicht, äh, ich hätte, äh, nicht gedacht, dass es so abgeht. Hätte ich mich fast selbst in die Luft gejagt. Also 16. Ja, also, komm, das reicht gleich auch erstmal, ne? Komm, hier, bei mir sind noch voll viele. Ja, bei mir jetzt auch. Wir laufen gleich aufeinander zu. Komm, 20 machen wir. Ja. Ready. Aber dann können wir jetzt auch noch den einen machen, der ist hier auf dem Nachbarhaus. Okay, jetzt reicht's. Okay, jetzt reicht's. Ähm. Kann ich mal eben irgendwo hin? Hab ich keiner kennt? Ja, hoff auf mich zu ballern, du Pisser. Das bin ich gar nicht. Ich mach noch den da oben. Hm, hier sind Riesenjobs. Ich liebe Aktion. Hui. Okay, Kräfte. Super Sprint. Verringerter Schaden. Nein. Super Sprung. Höhe. Werde mitten in der Luft schneller, indem du Umschuld drückst. Klar. Oder ich hab 22, Alter. Wie heftig ist das denn bitte? Gleiten hab ich freigeschaltet. Lol. Gleiten kostet 15. Lass uns nochmal drei machen. Drei Stück bräunen noch, dann kann ich gleiten. Das ist geil. Und dann machen wir auch erstmal die nächste Mission. Ja. Wenn ich jetzt... Lol, geil! Ich kann jetzt so durch die Luft sprinten, das ist voll cool. Audiolog. Aber ich bin einer der besseren. Theater, Film, Television, Animation, Commercials. Shit, ich hab' sogar Video-Games gemacht. Though Video-Games sind nicht genau für ihre Storytelling. Still, ich habe Konkurrenten. Nachdem ich den Kulten von den Saints war ich bereit für etwas Neues. Keith David. Nein! Na, verrecken wir. Abgestürzt. Ja. Das ist ein komischer Tuss aus dem Auto geschmissen und Krache geklaut. Lol, Peacemaker. Ach nee, doch, Peacemaker. Ja, aber nicht der von Bullen. Das ist, glaube ich, der ehemalige, nee. Lol, das ist so eine Art Dodge. Lol, Moritz, warte. Okay, ich halte auf der Kreuzung an. Spring rein. Zeit mit höchster Alien-Bekanntheit. Los, komm, weiter. Lol! Go, go. Oh, lol. Hier ist ne... Ah! Komm, erstmal hier oben die Dings ausrotten. Aus dem Auto rausgesprungen und so fort. Komm, finish, Sim. Bam! Leute, ich bin mal eben vom Dach runtergeflogen. Durch den Finishing-Move. Boah, wie sie alle um mich rumstehen, ey. Leute, schlagt die mal die Fliegen vorweg. Aua, das war ich, du Lappen! Zack! Zack! So, jetzt hab ich auch wieder volles Life. Leute, da ist noch einer da drüben. Die sind runtergeflogen. Weggeflogen, wohl eher. Und... Bam! Der ist tot. Los, komm. Nicht aufs Auto drauf fallen. Geh doch. Widerschläge mit Sprung. Nein! Auto. Nicht... Person. Das ist meins. Junge, du bist so ein Pisser. Immer klaust du mir meine Karren. Leute, jetzt steig doch ein. Ja, du. Sorry, der ging mir auf den Sack. Starte mal die nächste Mission. Warte. Äh, Aufträge. Leider die Regeln haben wir. Simulierte Anweisungen. Fuck, ey. Ne, primäre Aufgaben. Machen wir erstmal primär, ne? Leider die Regeln. Dafür brauchen wir noch einen. Ich brauche noch zwei, für Gleiten. Das habe ich schon gesehen. Bei Kinsey zu Hause ist ein, so ein Ding. Falsche Richtung. Komm, wir nehmen uns den hier. Komm, wir nehmen uns den coolen hier. Mh, mh. Wir nehmen meinen. Der ist zwar mega im Arsch. Gott, guck dir mal das Hinterteil von ihm an. Ich glaube, das wird mein Auto, das ich standardmäßig nehme. Boah, Junge, du bist nur ein Wichser. Ahaha, habe ich dich erstmal gedreht. Der ist gut. Der hat eine gute Beschleunigung, aber nicht so übertrieben schnell. Nicht ins Wasserfall. Oh, ich bin so schlecht. Komm, bitte sprung ins Ufer. Nein, warte mal. Ich bin gleich wieder bei dir oben. Ich jump kurz hoch. Ja, mach Sprint. Dann steck ein. Springt. Oh, der kommt angelaufen. Nice. Bist du drin? Warte, kurz. Nee, du bist vor mir. Nimm den SUV, Junge. LOL! Hat er mich ge... Überfahren! Warte, danke. Nein, du Penner! Wenn du nicht bei mir mitfahren willst, fahre ich. Nice, geht doch. Jetzt habe ich einen Torch, glaube ich. Nee, einen Phoenix! Nice! Das ist der Mustang. Warte mal. Und jetzt ist das...